Ja, vielen Dank, vielen Dank. Nach Hartenburg kommst du ja mal ein bisschen wie nach Hause kommen. Also so viele Leute, die ich heute persönlich begrüßt habe. Wunderbar, superschön. Wir freuen uns hier zu sein, schön, dass ihr da seid, schön, dass wir da sind. Und wir stellen uns heute vor ein bisschen und beginnen mit der Percussion. Gewalt in Power, unsere Mädels an den Mellos. Als nächstes unsere Trompeten. Was geht, was? Wir brauchen was. Was geht, Hagenburg? Was? Was? Wir brauchen was. So, Hagenburg, jetzt brauchen wir eure Stimmen. Beratet euch mal vor, Achtung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank. Viel Spaß gleich bei unserem Beruf. Ich bereite euch jetzt schon mal drauf vor. Füllt eure Stimmen jetzt schon mal. Also wie immer klicken wir natürlich mit. Und klatschen mit und tanzen mit. Und dann kannst du ja weiß. Also sozial aufstehen. Ein Spaß. Wir werden heute viel Spaß zusammen machen. Natürlich auch mit den anderen Gruppen. Und das nächste Stück. Da wird's. Ja. 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 Jo, vielen Dank, genau, ich wollte es gerade sagen, geht doch nochmal ein Stückchen, damit wir haben es warm genug heute, bevor ich das vergesse, wir haben uns vorhin im Einzelnen vorgestellt, ich möchte nicht vergessen, euch vorzustellen, den Kevin am Schlagzeug, den Thomas am Pass und natürlich meinen Dirigenten und Judanten Glenn. Okay, wir würden gerne mit euch ein bisschen zusammenarbeiten, das macht am meisten Spaß und bei der Sache, die wir jetzt brauchen, machen wir einen Countdown, bevor wir loslegen, also wenn ihr das nicht richtig mitmacht, fangen die in ihr anzuspielen. Also das macht dann keinen Sinn. Könnt ihr mich eigentlich alle gut verstehen? Perfekt, sehr gut. Okay, die Geschwindigkeit des Countdowns gibt Kevin gerade vor, und die haben ja nur Musikleute hier, das heißt kein Problem mit dem Timing. Achte, bereit, okay, Achte, geht los. Dann ihr macht mit. Dann ihr macht mit. Dann ihr macht mit. Lets go kommt! Dann ihr macht... Dann ihr macht mit. Dann ihr macht mit. Musik 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 Dankeschön Vielen Dank Mann, habt ihr Stimmen Ich hab euch eben fast gar nicht gehört Lass uns mal zusammen einen Ton Mal zusammensägen Mal sehen, ob das kommt Achtung Okay, hier drüben nochmal Jetzt hier nochmal Können wir mal die zweite Okay, anderer Ton Achtung Achtung, wollen wir singen zusammen Du wolltest dir bloß den Arm vertreiben Wenn ich war will eingehen, kriegst du mir an Wir waren nur Freunde, wir wollten's auch bleiben Ich stand nicht im Traum, dass was passieren kann Wir waren nur Freunde, wir wollten's auch bleiben Wir waren nur Freunde, wir wollten's auch bleiben Wir waren nur Freunde, wir wollten's auch bleiben Wow, dankeschön! Schön, dass ihr so mitmacht Und ich merke schon, ihr habt ein bisschen Spaß dabei, oder? Habt ihr Spaß da dran? Okay, dann machen wir jetzt mit euch ein kleines Ratespiel Das klappt sehr gut, es ist auch total einfach Wir spielen ein paar Töne vor und ihr setzt ein Und ihr werdet sehen, am Ende brennt die Hütte hier Na ja, was eben so brennen kann hier Okay, habt ihr Lust? Ja? Ja gut, aber ihr müsst alle mitmachen Wir beginnen mit dem Baritons Die geben euch ein paar Töne vor und ihr steigt ein Mit dem ersten Baritons Okay, Achtung Seid ihr bereit? Okay, Achtung Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, drei, vier Was 있어요? Okay, Achtung Worlds Uhh weit Bis Ah, das klappt gut. Jetzt müsstet ihr eure Lauschenkelregler noch ein bisschen höher drehen, damit wir euch alle hören. Als nächstes sind nämlich die Trompeten dran. Die geben euch jetzt die Töne vor und ihr steigt wieder ein. Ich sag nur, I like to move it. Eins, zwei, drei, vier. Und alle. So, jetzt die Arme hoch. Alle mal, komm mal, mit Klappchen. Jetzt geht die Party ab. Stand um, mit rein. Und links in den Runden. Ja, die ist ein schönes Geist. Ich sage nur, ich weiß noch, ich weiß noch, ich weiß noch, ich weiß noch. Ich sage die Party ab. Ich danke ihnen, ich883. Ok. So, jetzt seid ihr gefragt. Arme nach oben und alle Arme nach oben. Und wenn die Hütte wird jetzt abgerissen, wo ist die Hütte ab? Achtung, es geht los. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Die Hütte abgerissen. Die Hütte abgerissen. Wir danken uns natürlich vorher, bevor wir gehen, mit einem dreifachkräftigen Gut-Spiel. Gut? Spiel! Dankeschön. Applaus 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 Pas Applaus 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 Von Franko Latzen! Seid ihr bereit? Hagenburg! Seid ihr bereit? Okay. Naja. Hey! Hey! Hagenburg! 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 Hagenburg!